Facebook und Culture Candela, das ist schon eine ganz besondere Geschichte. Erst hatten wir 100.000 Freunde. Dann 200.000. Dann hatten wir 300.000. Dann hatten wir 400.000. Und dann 500.000. Schließlich waren es gar 600.000. Und jetzt sind es 700.000! Danke Candelistan! Und wenn jetzt alle unsere 700.000 Facebook-Freunde ihren Freunden Bescheid sagen, dass sie unsere Freunde werden sollen, dann haben wir bald eine Million Freunde!